2017 feiert das Kinderhilfswerk Terdesom 50-jähriges Jubiläum. Ich bin seit vielen Jahren Botschafter von Terdesom und habe selber gesehen, wie wichtig es ist, dass Kinder vor Ort Unterstützung kriegen. Um noch mehr Kindern helfen zu können, startet Terdesom zum 50. Die deutschlandweite Spendenaktion, wie weit würdest du gehen? Das Ziel, sehr ehrgeizig, ich weiß, 5 Millionen Euro für Kinder in Not. Wie? Ganz einfach. Du überlegst dir alleine oder zusammen mit deiner Familie, Freunden oder Kollegen eine spektakuläre Aktion, eine Challenge, wie man heute sagt, die du durchführst, wenn zu einem von dir festgelegten Zeitpunkt im Jahr 2017 eine bestimmte Spendensumme für Kinder in Not zusammenkommt. Sollte möglichst was Besonderes sein und darf auch gerne Überwindung kosten. Zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn innerhalb von drei Monaten 1.500 Euro zusammenkommen, dann fahre ich Skateboard im Schneemannkostüm oder wenn 2.000 Euro gespendet werden, dann halte ich einen Vortrag verkleidet als Pipi Langstrumpf. Keine Ahnung, deiner Kreativität sind absolut keine Grenzen gesetzt. Melde dich jetzt mit deiner Challenge unter www.wieweit-würdest-du-gehen.de an. Jeder kann mitmachen, ob Einzelpersonen, Kleingruppen oder Unternehmen. Helfen geht ganz einfach und macht manchmal sogar Spaß. So kannst du was ändern und Kindern in Not helfen. Nachmond-Undern bin je von Scheine glaube ich. Untertitelung des ZDF, 2020